Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zu Besprechung von Poor Things, dem neuen Film von Jorgos Lantimos und das Jorgos Lantimos-Fanclub-Team hat sich zusammengefunden, um diesen Film zu besprechen. Das freut mich sehr. Da hätten wir ein vorderster Front, die liebe Schlogger. Hallo Schlogger. Hallo, ihr könnt mich heute auch Gott nennen, wenn ihr möchtet. Und Max ist auch da. Hallo Max. Ein einfaches Hallo hätte gereicht. Trotzdem danke Max. Ja, Poor Things, der neue Film von Lantimos. Wir haben den werten Herrn in unserer Zeitprojekt CC schon mal besprochen. Mit The Lobster, jetzt Poor Things, wieder mit Emma Stone, mit der hat der werte Mann schon eine Favorite gedreht. Und Poor Things ist ein Festival-Erfolg. Der Film hat bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig den Goldenen Löwen, also den Preis für den besten Film gewonnen. Ob er das verdient hat, das werden wir jetzt herausfinden, denn wir drei wissen, was gut und was schlecht ist. Bevor wir das aber herausfinden können, liebe Joschi, könntest du uns kurz erklären, worum geht es in Poor Things? Natürlich, es ist nämlich ein sehr stringenter, klarer Film, da kann ich die Story sehr leicht zusammenfassen. Es geht nämlich um Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, die von einem Wissenschaftler gebaut wird, Fragezeichen. Das wird im Film noch näher erörtert und wir werden da auch ein bisschen drauf eingehen. Dieser Wissenschaftler heißt Godwin Baxter und wird auch Gott genannt, deswegen meine Anspielung, gespielt von Willem Dafoe und wir werden Bella Baxter seine Kreation auf ihrem Weg verfolgen, sich zu emanzipieren und erwachsen zu werden, wobei sie auch auf verschiedene Figuren wie den schmalzigen Anwalt, einen schmalzigen Anwalt trifft, der hier von Mark Ruffalo gespielt wird und Emma Stone, so viel sei verraten, wird in diesem Film sehr viel Sex haben. Damit ist, glaube ich, die Wertung schon rausgeholt durch diesen Film unbedingt an, wenn ihr Emma Stone beim Sex sehen wollt, denn das kann ich sagen, ja, es stimmt, es wird wirklich viel gefögelt. Und bevor wir uns jetzt mal um den inhaltlichen Kern dieses Films handeln, weil da gibt es wirklich viel, glaube ich, kann man eine Sache vielleicht sogar recht schnell abhandeln, nämlich, meine Fresse, ist dieser Film einfach wunderschön. Kameramann war Robbie Ryan, der hat bereits The Favorite in Szene gesetzt und hatte da auch schon diese Fischaugenoptik und es gab diesen wunderschönen filmischen Essay-YouTube-Kanal, der hieß Every Frame a Painting und ich finde, das passt auch zu Poor Things, hier ist wirklich jeder Frame ein Painting, Max, visuell gesehen, nur visuell gesehen. Nur visuell? Ein Fest oder ein Graus für dich? Ja, 10 von 11. Nee, 11 von 10. Perfekt. Ich glaube, da, wer was anderes behauptet, lügt oder hat keine Augen oder beides. Ja, oder beides. Wir mögen euch auf jeden Fall nicht. Wenn ihr sagt, der Film ist hässlich, dann mögen Max und ich euch nicht. Schlager, wie sieht es bei dir aus? Nie wieder. Ja, also es ist nicht nur durch den guten Kameramann so und eben dieses Fischaugenoptik, sondern auch einfach wegen der Props und des Designs. Also es ist diese Steampunk, keine Ahnung, gemalte, was auch immer das für ein Stil ist, Optik, die der Film hat, kreativ die ganzen Szenen ausgebaut auf diesen verschiedenen Stationen, die Bella Baxter da begehen wird, die alle ihren eigenen Touch haben, so ein bisschen. Ja, war schon ein sehr kreativer Film. Der auch viel mit Farbe und Form spielt. Also wirklich visuell das reinste Fest und das Kinojahr 2024 könnte visuell zumindest nicht besser anfangen wie mit Poor Things. Hätten wir das also abgehakt, können wir jetzt um den Inhalt uns ein bisschen kümmern. Würde ich mir beipflichten, wenn ich sage, im Grunde ist es so ein bisschen eine Verarbeitung des klassischen Frankenstein-Mythos. Ja, bin ich bei dir. Ist ja auch basierend auf einem Buch von dem berühmten zeitgenössischen schottischen Autor Alastair, jetzt muss ich mal bloß kurz gucken, wie man den spricht, Grey, genau. Alastair, sehr guter Name, so will ich ihn in meinem nächsten Leben heißen. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das auch so damals, als über das Buch geschrieben wurde, ich glaube, der hat es sogar irgendwie zugegeben. Habe ich so in meiner Recherche vorher. Das ist ein bisschen angelegt. Ich hatte ja während dem Film. Das ist eine 1 zu 1 Kopie. Ne, ich hatte ja während dem Film. Ich habe, also wir werden ja da heute unser, wie nennt man das, den Service Part, werden wir jetzt abreißen und sagen, geht ins Kino, geht nicht ins Kino, macht was er wollt. Aber dann danach habe ich so eine kleine Theorie, die ich gern mit euch diskutieren würde. Und die dreht sich tatsächlich um Frankensteins Monster. Okay. Ja, es ist interessant, wie der Film, das Drehbuch übrigens von Tony McNamara, der auch bei The Favourite schon aktiv war und mit Lantimos zusammengearbeitet hat. Es ist total interessant, finde ich, wie Poor Finks diesen Mythos behandelt. Denn man kennt es aus dem klassischen Frankenstein. Emma Stone erwacht wieder, wird also wiederbelebt, hat ein neues Gehirn und wir erfahren sogar recht schnell, welches Gehirn sie hat. Nämlich das von ihrem ungeborenen Kind. Und das alleine ist schon, wenn man das durchdenkt, einfach so eine Wahnsinnsidee, die so viel Spielraum lässt. Ich glaube, als ich den Film geguckt habe und kam aus dem Kino raus, alleine diese Idee, da konnte ich wirklich stundenlang drüber nachdenken. Ich finde das so faszinierend, was da für Möglichkeiten drin waren. Schlogger, glaubst du, dass diese Idee wirklich gut genutzt worden ist? Und andere Frage noch obendrauf. Konntest du überhaupt mit dieser Grundidee was anfangen? Ja, also diese Grundidee, dass in deinem Erwachsenenkörper, in deinem, was auch immer, selbst sei es nur irgendein fremdes Babyhirn drin ist. Und das ist ja sogar ihr eigenes Baby. Das hat schon auch Horrorpotenzial. Also wir haben ja jetzt von Jorgos Lantimos auch schon The Lobster oder hier auch Killing of a Sacred Deer, wo man ja durchaus merkt, dass der auch gerne mit so ein bisschen Horror spielt. Und allein das Szenario finde ich schon ziemlich gruselig, wenn man das so weiter durchdenkt, wie du das jetzt nach dem Kino gemacht hast. Aber das wird hier nie so richtig horrormäßig. Also es ist schon absurd, was wir die ganze Zeit sehen. Und wie wir sie dann eben sehen, wie sie nicht richtig sprechen kann und dann erst laufen lernt und sprechen lernt und eigentlich schon erwachsenen Körper hat, aber dann erwachsen wird. Das fand ich schon auch sehr faszinierend. Max, wie ging es dir? Ähm, tja, es ist jetzt, äh, ne, 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 ne. Er hat auch gerade ein Baby. Nee, ich habe gerade ein Baby im Kopf. Das ist ein eigenes Kindes. Nee, wenn dann nicht, dann hätte ich wahrscheinlich das Gehirn meiner Katze im Kopf. Und das finde ich auch spannend. Ich habe tatsächlich die Frage vergessen. Das ist der Grund, wieso ich jetzt hier auf dem Schlauch sitze. Die Frage ist halt einfach, ähm, wie du die Grundidee findest, dass quasi, dass ihr neues Gehirn das Gehirn ist ihres ungeborenen Kindes. Ja. Und ob du überhaupt was mit der Idee anfangen konntest oder ob es dir vielleicht zu übertrieben oder zu absurd war. Natürlich. Da kannst du mal mit nichts Übertriebenem kommen, äh, was in diese Richtung geht. Das ist herrlich kreativ und ich liebe es und ich finde eigentlich, dass jeder Film auf der Stufe irgendwie sein sollte. Man sollte mehr Mashups machen, in denen irgendwelchen Leuten Gehirne verpflanzt werden. Denn es wird wahrscheinlich den einen oder anderen langweiligen Film eine Stufe höher schieben. Nee, aber natürlich ist die Idee, also wie, ja, das hat, das schöne Märchenhafte, ne. Das ist ja diese, die, wir sind wieder bei der Frankenstein-Thematik. Äh, es hat ja also eine gewisse Romantik, gell, dass, äh, dass man sich vielleicht unter Umständen oft mal danach sehnt, dass man so die eigene Festplatte löschen kann und nochmal von vorne startet und so. Also da gibt es viele, viele, äh, viele Wege, da schön Interpretationsspielraum drauf auszubauen und deswegen verwundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass so ein Regisseur mit so einer Geschichte was Vernünftiges anfangen kann. Was ich ja auch total interessant finde und Schlogger hat ja gerade eben diesen Begriff Horror in den Raum geworfen und sehr vieles in diesem Film erinnert auch an Horror. Vor allem der Look von Willem Dafoe, der quasi der Vater ist von Bella Baxter, Dr. Goodwin Baxter, weil der Mann sieht halt wirklich aus, als ob er erstmal morgens mit einem Rasiermesser sich rasiert, sondern mit einem Rasenmäher. Ja, und obwohl er halt wirklich aussieht wie, ja wirklich wie so ein entstellter Mad Scientist und der ist ein Mad Scientist, hegt er ja doch wirklich väterliche Gefühle für Bella Baxter. Zu Beginn des Films dachte ich wirklich, vielleicht spinnt sich da so eine fast schon inzestuöse Beziehung, aber das passiert ja nicht. Er bleibt ja wirklich eine sehr, ja ich würde sagen, nicht perfekte und vor allem auch nicht ganz skrupellose Vaterfigur. Aber ich war überrascht, wie in Anführungszeichen liebenswürdig diese Figur bleibt, weil ich wirklich damit gerechnet habe, da kommt noch irgendwas Böses bei raus. Wie ist es dir ergangen, Max? Ich frage jetzt erstmal Max, weil nachher... Ja gut, danke, das ist sehr zuvorkommen. Ich habe es schon wieder vergessen. Nee, Gag. Ich liebe Willem Dafoe in dieser Rolle, weil ich habe aber auch im Gegensatz zu dir jetzt nie irgendwie so das Gefühl gehabt, dass der noch irgendwelche Leichen im Keller hat. Also beziehungsweise hat er sehr viele Leichen im Keller, aber nicht metaphorisch. Und ja, er hat so dieses gutväterliche... Ich meine, es gab so eine Stelle in diesem Film, in der er sie ja mehr oder weniger ein bisschen ziehen lassen oder erwachsen werden lassen musste. Und in der Szene, finde ich, hat sich das für mich ein bisschen manifestiert, denn da hat er nicht wirklich Widerstand geleistet. Also was ja dann auch bedeutet, dass sein Experiment durchaus so gedacht war, dass es eine Pubertät gibt, ein Loslassen, ein Abnabeln. Und ja, von dem her verwundert es mich nicht, dass er da... Ja, ja, er schaut schnell... Ich finde es auch schön, weil wir erfahren ja auch über ihn, seine Historie, sein Hittering und er hatte ja auch einen Vater, der ihm nicht sehr nett begegnete, sagen wir es mal so. Und ich finde es sehr schön, dass der Film trotzdem dann aufzeigt, dass man halt, obwohl man, wenn man viel erlitten hat und vielleicht auch aussieht wie ein Monster, dass man sich nicht wie ein Monster verhalten muss, auch wenn seine Experimente halt... Naja, ich sag mal so, ob das alles so ethisch ist, was er macht, sei mal hingestellt. Ja, sagen wir mal, aber es sind ja andere Zeiten, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen, wer hat da schon gewusst... Na gut, ich weiß auch, damals in den 90ern haben wir alle Leichen, die gehörende von Babys sein. Alles wurde in jedes Körper... Alles aller Loch wurden Kolben und Dioden gesteckt, um zu schauen, wann kann man den ersten Roboter bauen. Ich meine, das ist... Viel interessanter als den ersten Roboter wäre jetzt erstmal für mich die Meinung von Schlogger zu William de Forrest, Dr. Garton Baxter. Äh, ja, das ist eine sehr wichtige Meinung, ähm... Deswegen wollen wir sie... Das Design... Oh Gott, ich muss mir jetzt irgendwas zusammenfummeln. Ich böse eigentlich nicht. So wie er auch zusammengefummelt ist. Was, was denn? Das ist heute einfach, wie es ist. So, Punkt. Und jetzt konzentriere dich, Schloggi. Ich konzentriere mich und ich möchte ja auch hier lose Enden zusammenführen, nämlich das Geräusch, was du gemacht hast, Max, in deiner Vorstellung. Dieses, äh, war ja nicht, weil du lange überlegen musstest, wie du heißt, weil dein Baby in deinem Kopf ist, sondern weil du damit ja auch... Dass, wenn Herr Baxter isst, also dann, er hat ja, sein Magen befindet sich außerhalb seines Körpers und dann muss er immer so ein lustiges Geräusch machen, um die Magensäure loszuwerden. Und dann passieren Dinge in diesem Film. Und das soll jetzt ein kleiner Teaser darauf sein, wie toll er selbst auch zusammengestellt ist, was Stu ja schon gesagt hat. Also er fährt sich nicht nur mit dem Rasenmäher übers Gesicht, sondern sein ganzer Körper ist nur noch ein einziges Puzzle. Er ist quasi sein eigenes, er selbst ist Frankensteins, beziehungsweise Gotts Monster. Und dieser Gott, der auch einen Assistenten hat, gespielt von Rami Youssef, die Figur ist Max, wie passend. Und ich finde das sehr lustig, wie auch William Dafoe mit seiner eigenen Person, also mit der Person seiner Figur in dem Film umgeht. Denn es sind eine Szenen zum Beispiel sehr amüsant, als er seinen Assistenten fragt, glauben sie an Gott und wenn ja, an wen? An den, also an mich oder an den von der Kirche? Und das ist interessant, weil gerade das wieder so unterstreicht, wie facettenreich diese Figur eigentlich ist. Weil wir ja schon gesagt haben, der ist halt eigentlich ein total netter, liebenswerter Typ, aber gleichzeitig, er hat schon einen Gottkomplex. Also man kann es sich anders sagen. Aber der kann halt auch was. Ja klar, er hat eine Selbstmöllerin, das Gehirn ihres ungeborenen Kindes eingepflanzt. Der hat geile Haustiere. Und geile Haustiere. Wer den dänischen Film Man and Chicken kennt, der wird ungefähr wissen, was da haustiertechnisch auf einen zukommt. Aber lassen Sie mal zur, ich nenne es mal eine Hauptattraktion gehen. Und das nicht nur, weil die werte Dame sehr, sehr oft nackt zu sehen ist. Emma Stone als Bella Baxter. Wir lernen sie kennen, da hat sie, ich würde sagen, den Geisteszustand eines zwei, dreijährigen. Schlöger, du bist da mehrfach? Nee, weniger. Sie kann da noch nicht richtig sprechen, also wird sie auf jeden Fall unter zwei sein. Okay. Sehr wichtig. Nein, es ist nicht. Da bist du die Fachfrau. Und wir sehen halt, wie Bella Baxter sich immer weiter und immer weiter und immer weiter entwickelt. Was durchaus auch ganz amüsant ist. Das ist jetzt kein Lachfest, aber ich finde trotzdem, das ist durchaus humoristisch auch inszeniert. Und dann kommt halt der Moment, der für mich so ein bisschen der Startschuss ist, nenne ich, wenn sie herausfindet, dass sie, wie sagt sie so schön, I can make myself happy oder so ähnlich, sagt sie. Also Selbstbefriedigung. Und für mich war dann klar, okay, ich glaube wirklich, dass Sexualität auch eine große Rolle in diesem Film spielt. Wie war es für dich, Yoshi? Also es ist ja auch so, dass viele Kinder sich auch selbst befriedigen, weil sie ja merken, dass es sich gut anfühlt. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Jungs ist, ob die, also es ist jetzt sehr wenig Bildung bei mir dahinter, ob die Orgasmus haben können, bevor sie ihre sexuelle Reife in der Pubertät erlangt haben. Weil Kinder, also Mädchen können das ja theoretisch. Und dann die Vorstellung, dass jemand, der eben in diesem Geisteszustand ist, aber schon einen erwachsenen Körper hat, das fand ich schon dann auch ziemlich interessant. Und ich glaube, so ähnlich würde das dann auch passieren, so wie es dann da passiert. Und dann kommt sie ja von beiden Seiten, sie hat ihren erwachsenen Körper und kommt dann eben nicht nur, wie alt sie auch immer da ist, lass es Sex sein bis zu ihrer Pubertät und darüber hinaus erforscht sie sich dann halt oder hat halt einfach Spaß an der Sexualität. Jetzt habe ich auch die Ausgangsfrage vergessen. Aber ja, Selbstbefriedigung oder so. Ja, pro Selbstbefriedigung. Pro Selbstbefriedigung, ja. Und ist ja auch, ist ja auch wieder so ein kleines kreatives Thema, wenn du praktisch spielerisch da rangehst, aber dein Körper ist halt schon vollkommen ausgereift und kannst du die volle Gewalt der Neuronen da unten walten lassen. Hat man da unten überhaupt Neuronen? Ja, sicher. Da unten hat man die Genitalneuronen. Juhu, dann würde ich sagen, ja, also Startschuss ist ja sogar tatsächlich ein super Begriff für das, was passiert. Und ich finde das auch alles sehr stringent und glaubwürdig, überhaupt so diese ganze Kinderdarstellung. Ich finde das zum Beispiel witzig, ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert gleich am Anfang, wo sie halt dann geht. Die Art und Weise, wie sie sich bewegt, wie sie geht. Ich meine, das ist ja, du hast ja mehr oder weniger dieses Gleichgewichtsdenken eines Kleinkindes, aber du hast ja noch nicht diese Verhältnismäßigkeit, also diese Verhältnismäßigkeit der Gliedmaßen stimmt ja überhaupt nicht. Kinder haben ja riesige Schädel und kurze Arme, deswegen können die sich ja keine Jacken anziehen. Und dann... Die können nicht, wenn du deinen Arm über deinen Kopf legst, können die nicht mit ihrer Hand ihr Ohr berühren. Man sagt, erst dann ist man schuhreif. Und das finde ich so witzig, weil mein Eingeschen kann das nicht. Und ich finde es immer faszinierend, wie falsch die Verhältnisse am Anfang noch sind, dass sie nicht mal ihr eigenes Ohr berühren können. Sorry. Ne, ne, das ist gut. Ich finde, das hat halt, das ist gut durchdacht worden. Da sind Leute hinter der Kamera gewesen, die sich dann schon irgendwie gedacht haben. Und Emma Stone wahrscheinlich inbegriffen, weil die hat sich ja dann am Ende irgendwie auch denken müssen, wie bewegt sich eigentlich jemand mit einem zweijährigen Gehirn und normalem Körper. Und das wirkt so irgendwie wie Augsburger Puppenkiste streckenweise überhaupt. Ist der Film ein bisschen so Schlupf vom grünen Stern mit Horror Frankenstein? Ja, aber es ist, also nur noch mal kurz, um das einzuordnen. Es ist kein Horror, obwohl er Horror Anleihen hat von der Atmosphäre, aber er ist nie gruselig. Ich fand es an einer Stelle ein bisschen eklig, als Emma dann eben in diese Leichen, in dieses, da wo ihr Vater in Anführungszeichen auch immer arbeitet und dann mit den Leichen rumspielt. Fand ich ein kleines bisschen eklig, aber er ist eigentlich eher künstlerisch absurd und schon auch lustig. Also dein Steampunk hat mir gut gefallen zu Beginn, was du gesagt hast. Das wird treffend sein. Mit Horror meine ich so diesen klassischen Gothic-Horror irgendwie. Also dieses viktorianische, leicht verspinnwebte, mit schwarzem Tüll vernebelte Fleisch unter Umständen. Aber der ist halt auch sehr farbenfroh. Auf der anderen Seite ist er auch sehr schwarz-weiß. Also von dem her, wie man sieht, man hört nichts, was irgendwie konkret ist. Und genauso ist der Film irgendwie. Ja, aber jetzt werden wir auch diesen Anstoß, den Stu angesprochen hat, nehmen von ihrer sexuellen Entdeckung, I can make myself happy. Und dann diesen Weg, den sie geht und diese Station, die sie durchläuft, das fand ich schon auch sehr cool erzählt, was sie denn da, also dass sie eben, keine Ahnung, sie muss lernen eben zu sprechen. Sie lernt nicht nur mit sich selbst Sex zu haben und dass wir dann eben, dass sie dann lernt, dass man dann, das ist ja offensichtlich, dass man das lernen muss irgendwann mit einem Kindergehirn, dass es eben auch Tod gibt im Leben. Und das fand ich schon alles sehr interessant dargestellt, oder? Wolltest du sowas in die Richtung noch später ansprechen, Stu? Jetzt hat mich nicht zugehört, was? Jetzt hat er nicht Stu gehört. Oh, du, 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 du. Ja, nein. Der, also, ja, er ist, wie ihr gesagt habt, der ist schwarz-weiß und gleichzeitig bunt. Der ist halt so, wirklich so ein ganz wilder Mix. Er ist nicht wilder Mix, weil es passt auch irgendwie alles dann doch zusammen, dieses, du hast was Viktorianisches, du hast Steampack, du hast was, was Bohem-mäßiges, du hast manchmal das Gefühl, dass du so einen alten 50er-Jahre-Fantasy-Film guckst, der auf Jules Verne basiert. Da steckt schon sehr viel drin, aber es ist, es wirkt nie unüberlegt. Es wirkt nie über, es wirkt nie so, als ob die Macher einfach irgendwas gegen die Wand geschmissen haben und hoffen, dass irgendwas leben bleibt. Ich finde schon, dass der Film inhaltlich wie stilistisch wirklich hervorragend durchkomponiert ist. Und zwar von der ersten bis zur letzten Einstellung. Das ist wirklich ein Film, der merkt, den merkst du an, da sind Hintergedanken dahinter, richtige Hintergedanken. Keine Davor-Gedanken, es sind Hintergedanken, die sind dahinter, die sind nicht davor und nicht mittendrin, es sind Hintergedanken. Der Soundtrack ist auch sehr schön. Jetzt müssen wir der Schlöger auch mal ein bisschen Anerkennung geben für diesen wunderschönen Witz. Der King of Pans und ich muss sagen, das ist ein unglaublich schlechter Wortwitz gewesen, den würde ich niemandem zumuten wollen. Aber er bleibt drin. Okay, dann möchte ich mich hier wieder langsam ans Boot der Vernunft holen. Ja, ich hätte eine Frage. Ich hätte eine Frage. Ja, ich habe auch eine Frage. Dann bitte Ladies first, nach diesem wunderschönen Joke-Gewitter von dir darfst, hast du es dir verdient, deine Frage jetzt zu stellen? Ich will auch ganz dreist eine Frage stellen, die ich selber beantworten möchte. Also ich bin auch quasi mein eigenes Körper und Gehirn. Ich wollte eigentlich, wenn man diesen Film anguckt, weil ich komme immer wieder zur Nacktheit von Emma Stone zurück, da fragt man sich doch immer, okay, ist sie wirklich nackt oder ist es ihr Körperdubel? Und diese spannende Frage möchte ich gleich beantworten, weil wir ja schon The Favorite angesprochen hatten und da ist sie ja auch so ein bisschen nackt. Und da hat ihr mir ja erzählt, wart ihr das, dass sie da, dass ihr Regisseur Jorgos Lantimos eben vorgeworfen wurde, ja okay, jetzt hast du deine Schauspieler, zwingst du dazu nackt zu sein? Und nein, Emma Stone wollte nackt sein und deswegen nehme ich einfach mal dreist an, für alle, die sich diese dringende Frage auch stellen, ob das wirklich echter Körper ist. Man sieht nicht nur Brüste, man sieht auch ihren Schambereich, dass ich einfach mal annehme, das ist sie wirklich. So, wichtige Frage geklärt. Das hat niemand anders als ihren Mann zu interessieren, aktuell, okay? Ja, man muss auch dazu sagen, dass es bei The Favorite ja schon Nacktszähnen gab von ihr, aber zumindest eine kurze Nacktszähne und da hieß es schon irgendwie, warum Jorgos Lantimos die arme Emma Stone dazu zwingt und da sei gesagt, das war ihre Entscheidung. Und The Favorite, genau wie, nee, Quatsch, nur, ich glaube bei, pardon, nur Poor Things, da ist sie eine der Hauptproduzenten. Das heißt, wenn sie das nicht gewollt hätte, dann hätte sie es sich machen müssen. Und ich muss auch sagen, ich finde Emma Stone, ich spreche ja als Mann, ist es für mich jetzt eine sehr hübsche Frau. Ich meine, nicht so schön wie Schlöger oder Max, das ist klar. Das sind dann schon mal ganz andere Sphären, aber bitte. Leute, ich muss sagen, ich fand die Nacktheit gut in dem Film, weil sie wirkte halt nicht so erotisch nackt, sondern sie war einfach nackt. Neugierig nackt. Ja, und auch diese Sexszenen hatten wirklich für mich wenig Erotik drin. Das war einfach nur, ich gucke mir gerade an, wie eine Frau oder ein Mensch quasi die Sexualität für sich entdeckt. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt des Films, weil für Bella Baxter Sexualität ja nicht nur für Fortpflanzung steht, sondern halt wirklich Teil ihrer Entfaltung ist. Und sie mag es ja und die probiert sich ja auch aus und sie versucht ja ganz viele Facetten aus. Und es ist so spannend, weil, okay, was ich jetzt sage, könnte mir echt auf die Füße fallen. Aber sie bleibt hier immer noch so ein bisschen, sie hat immer was Kindliches an sich. Ja, also selbst wenn sie glaubt, sie hat die Welt jetzt verstanden und in Sachen Sex, also muss man sagen, sie hat sie halt sehr viel. Also wird sie sich damit auch vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen ausgern. Aber trotz allem wirkt das immer so ein bisschen, weißt du, wie so ein Kind, was schon weiß, wo im Kindergarten die Wachsmallstifte versteckt sind. Ja, und glaubt deswegen, die Welt zu verstehen. So wirkt Bella Baxter auf mich. Und das fand ich einen sehr spannenden Ausgangspunkt, diese Frau dabei zu beobachten, wie sie das Leben und vor allem ihre Sexualität genießt und auslebt, aber trotzdem immer noch so Neues sucht, immer wieder, also ja, noch die meisten Punkte auf der Landkarte ausfüllen möchte. Gut, es schließt sich ja nicht aus. Entschuldigung, Max. Nee, nee, es ist ja, dieses zentrale Thema ist ja dieses Kennenlernen der Welt und dieses Experimentieren und dieses unbeschriebene Blatt und diese weiße Leinwand zu sein und das dann irgendwie, diese, stimmt schon, es ist diese kindliche Neugier, die da drin ist und jede Sexszene ist auch wichtig. Und da kann man auch draufhalten, weil wenn er nicht draufhalten wird, dann wird es Bildscheiße aussehen, Punkt. Und kein Mensch will das irgendwie, dass das dann vom Bettpfosten verdeckt wird. Könnte man wahrscheinlich dann auch irgendwie machen, aber die Bilder sind so, wie sie sind, einfach gut. Und es ist jetzt nicht so, dass du dann im Kino sitzen solltest und dir dann danach denkst, okay, und jetzt gehen wir heim und, ähm, Ohne Nieren erstmal eine Runde, sondern es ist ein Film, bei dem die Sexszenen eine ganz klare poetische Sprache haben. Und diese Poesie wird dadurch auch, äh, verstärkt und dargelegt, weil es eben so eine, so eine reine Art ist, an die Sachen ranzugehen. Und es ist wahrscheinlich eher für Zuschauende so, dass du, dass du vielleicht sogar noch ein bisschen diese, diese, die eigene Pubertät vielleicht nochmal durchmachst oder so, in gewisser Art und Weise. Ja, oder einfach die, die Menschwerdung, die Erwachsenwerdung, also, und dieses spielerische Art Sex zu sehen, ist ja auch schön, dass da ein bisschen dieses Thema aufgelocht wird. Vielleicht auch vor allem von, von einer Frauensicht dann nochmal. Du musst dir auch sagen, Entschuldigung, dass ich kurz reingrede. Ja. Du musst dir auch sagen, auch Mark Ruffalo ist ja da in diesen Szenen exponiert dargestellt. Weil, das ist ja jetzt nicht nur so, dass du da praktisch nur Emma Stone siehst, mit Neonscheinwerfern auf die Vagina, sondern es ist, äh, ich meine, und streckenweise sieht es halt auch unglaublich lustig und lächerlich aus. Aber so ist es halt nun mal. Eben. Ja, genau. So ist es halt. Danke, okay, genau. Wir machen jetzt das High Five für, redet mehr über Sex und, ähm. Und schaut dabei dumm aus und macht Witze. Ja, man sieht dabei dumm aus. Schaut dazu die Discounter. Ach, nein. Äh, okay. Oder unser neues High-Projekt von CC, CC Bumsi Bumsi. Wir finden kurz den Schlenker zurück zu der Standardbesprechung des Films, dass ich hier auch sagen möchte, dass ich Mark Ruffalo auch sehr gut fand. Der hat so, ich kenne den eigentlich immer, der hat für mich immer ähnliche Rollen gespielt. Er ist so, er ist der Gute, er ist so ein bisschen treu-doof, er ist sympathisch, er ist lieb und hier hat er wirklich wunderbar schmierig gespielt. Ich muss sagen, ich liebe Mark Ruffalo echt immer dann, wenn er außerhalb seiner Wohlfühl bleibt. Ja. Wo für Blase ist das falsche Wort, weil ich glaube, er hat er nicht. Er wird dann einfach gebucht oder engagiert für Sachen, wie zum Beispiel diese ganzen Marvel-Sachen. Und das macht er gut. Auch so Filme wie Dark Water sind tolle Filme, gar keine Frage. Aber ihn so als Schmierlappen zu sehen, zum Beispiel Collateral, ist großartig. Und hier als dieser Duncan Weatherburn. Meine Güte, also der Film ist super, aber Mark Ruffalo ist vielleicht noch von der Leistung her noch ein bisschen geiler, weil der hat so eine Schuspe, der hat so eine Spielfreude. Und es macht einfach nur Spaß, diesen Schmierlappen zuzugucken. Weißt du, was der gut kann? Also was diese Figur, oder was hat, nee, echt? Dann ist er, okay, Duncan Weatherburn, Scrabble, Weltmeister 1879. Und der geht da auf Weltreise. Nee, Mark Ruffalo, glaube ich, die größte Leistung ist, dass er immer auf die, aber exakt auf dieser Linie zwischen seriös und lächerlich dahin. Also ich meine, wenn sein Körper seriös wirkt, dann wirkt seine Stimme lächerlich oder seine Aussprache und so wieder. Also es ist so, keine Ahnung, so eine Halbkarikatur irgendwie. Eine Halbkarikatur von einem sehr fragilen, männlichen Ego, das sie kennenlernen muss auf ihrem Weg. Also können wir, ich habe vor kurzem House of Gucci gesehen. So, ich muss das jetzt dann irgendwie reinwerfen. Und diese Figur, die Jared Leto da spielt, die ist ja so ziemlich, also auf der Stufe ist die zwölf von zehn Punkten im Sinn von Karikatur-Kasperlfigur. Und ich weiß nicht, auf was ich hinaus wollte. Ich glaube, dass Mark Ruffalo so ein bisschen ein ähnlicher Typ Mann sein will. Also vielleicht jetzt nicht ganz so der Künstler und bla bla bla. Wobei ja diesen Dandy, den hat er schon immer in sich. Aber er spielt ihn halt so, dass man, also Mitleid hatte ich in keinster Weise mit ihm, dass man über ihn lachen kann. Aber dass man jetzt nicht sagen muss, oh, das ist jetzt total on the nose und jeder Lacher ist vorprogrammiert und er wird dir vorgeschrieben, wann man ihn zu haben hat. Nee, das ist so schön subtil und der, so kleine Nadelspitze. Ja, subtil vielleicht, nicht gar nicht. Ich würde schon, ich finde es subtil in der Hinsicht, weil du, ähm, du, glaube ich, beim Spielen eher dazu tendierst, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr viel, äh, Selbst, äh, Dingsbums, wie heißt das, Selbst, äh, Zurückhaltung nötig, dass du da nicht anfängst, äh, den Oscar schreien zu hören und, äh, da dann auf Elf drehst, sondern, dass du dann trotzdem immer so leicht drunter bleibst. Das ist eine interessante, äh, was du jetzt hier ansprichst. Wir sind ja jetzt so hier November, Dezember, Januar, Bums, ist ja auch Oscar oft. Habt ihr das Gefühl, denkt ihr, dass irgendjemand in dem Film, ähm, für den Oscar nominiert wird? Ist das ein Oscar-Film? Also, ja, aus meiner Art, ja, es ist ein Oscar-Film. Also, alleine halt visuell, finde ich, wenn der Film keine Oscar nominiert, auf die Kamera hat, dann ist, läuft irgendwas schief. Ähm, es ist halt ein sehr spezieller Film, aber wir leben halt in einer Zeit, in der auch Everything, Every World at Once bei den Oscars abgeräumt hat. Deswegen habe ich für Poor Things Hoffnung, ähm, ob der Film die Oscars jetzt braucht, das steht am anderen Blatt Papier. Ja, es ist ja dann auch immer so eine scheiß Konkurrenz, äh, eigentlich ist es dann hauptsächlich so die Konkurrenz, äh, Geschichte. Jetzt musst du dann sagen, Mark Ruffalo, okay, wo wird dir der, wo wird sie den dann reinstecken? Wahrscheinlich als Nebendarsteller. Aber ganz ehrlich, dann hast du halt die Entscheidung, welcher Film war jetzt optisch schöner? War es Bois Afraid? War es Babylon? Oder war es halt eben jetzt, äh, Poor Things? Also... Wahrscheinlich werden eh alle drei nicht nominiert und wir werden dann da sitzen und sagen, ah, was habt ihr gemacht? Zum Teufel mit dir, Hollywood! Ja, nee, ähm, eine Nominierung sollte, ich würde sagen, so fünf, sechs Nominierungen würden mir schon einfallen für den Film. Ja, also Kamera, Regie, Drehbuch, äh, die ganzen Darsteller, das ist für mich eine sichere Bank und ich könnte mir auch vorstellen, wenn, glaube ich, im Februar die Nominierungen bekannt gegeben werden, dass wir dann auch wieder von Poor Things hören werden. Und wenn nicht, dann sei es drum, ähm... Außerdem muss man ja auch sagen, dass viele, äh, viele vorher schon Gehandelte, äh, die fallen ja jetzt reihenweise ein bisschen, äh, hinten runter. Ich glaube, dass Napoleon jetzt gar nicht so gut ankam, vielleicht wird der ein bisschen zur Seite geschoben und, äh, der schon sichere Sieg für Horkin Phoenix wird vielleicht dann doch an jemand anderes vergeben. Also von dem her... Schauen wir mal, was jetzt die nächsten Wochen bringen, wie Schlogger schon sagt, jetzt ist jetzt so die Awards-Season und da kommt jetzt einiges auf uns zu. Und vielleicht ist ja Poor Things so der erste, man muss ja auch sagen, dass der wirklich schon ein paar Mal verschoben worden ist, der sollte ursprünglich mal im Sommer starten, 2023, dann im Herbst 23, dann im Winter 23, jetzt halt eben im, äh, ja, immer noch Winter, aber halt eben 2024 im Januar. Achso, wir müssen auch sagen, äh, ihr hört das ja im, im Januar, wenn der Film anläuft, wahrscheinlich, wir nehmen gerade, ähm, Anfang Dezember auf, nur dass ihr wisst, wo wir uns gerade hier geistig kalendarisch befinden. Ja, genau. Ähm, die Vlogger und ich, wir machen uns schon ein bisschen fertig für die, äh, Presseaufführung von Bonka, aber für Poor Things haben wir es auch ein bisschen Zeit freigeräumt. Ähm, es gibt noch so viel, über das ich mit diesem Film, über diesen Film reden möchte mit euch und ich habe schon gemerkt, dass unsere, unser Part der Servicekritik schon sehr ausgeräumt ist. Ausgefasert ist in eine Interpretationskritik. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal jeder ein kurzes, knappes Fazit fällen und dann mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen und dann aber auch ganz klar sagen, da werden wir auch sehr viel mehr spoilern, als wir es schon getan haben, deswegen seid hiermit gewarnt. Ähm, Max, mach du mal einen Anfang. Dein Fazit von Poor Things. Okay, also wenn man auf kreatives Kino steht und Kino liebt, dass, äh, so, sag ich mal, dich ein bisschen umarmt wie ein Märchenonkel und dich auf eine, äh, Zeitreise mitnimmt durch eine alternative Welt, dann bitte rein, denn, ähm, da gibt's wahrscheinlich demnächst nichts Vergleichbares, zumindest sehe ich da nichts in der Pipeline und auch in den letzten Jahren, keine Ahnung, also das letzte Mal, dass ich praktisch so baff jetzt rausgekommen bin, in einem ähnlichen Wohlfühl-Segment, war das tatsächlich bei Everything, Everywhere, All at Once? Jetzt, äh, kommt das halt dann so ein bisschen mit Steampunk-Romantik, von dem her, ja, reingehen und inspirieren lassen und sich dann auch liebhaben. Gut. Schlager, bitte. Also mir hat eben dieses, dieses Weltkennenlernen sehr gut gefallen, neben der ganzen Kreativität, die Max schon angesprochen hat, die fand ich total super, ich hatte auch sehr viel Spaß beim Film, ich gucke auch Emma Stone immer sehr gern zu, die finde ich einfach, die wirkt irgendwie sympathisch, ich finde die auch als Frau sehr attraktiv, was nicht relevant ist, aber hat halt dann Spaß gemacht, ähm, es, ich würde sogar sagen, das ist mein Lieblingsfilm von Jorgos Lantimos, was vielleicht gar, weil die anderen Filme sind ja nicht unbedingt so gefällig und dieser Film, das ist meine einzig kleine Kritik, die möchte ich auch gar nicht zu sehr in diesem Part noch ausführen, weil es nämlich vom Ende abhängt, ich fand ihn dann manchmal ein bisschen zu gefällig und da werde ich dann eben später noch drauf kommen, aber das ist keine krasse Kritik, man kann trotzdem im Kino, man sitzt trotzdem im Kino auf jeden Fall und hat hier ein Feuerwerk an Kreativität und eben dieses Thema von, äh, wie wird, wie entdeckt jemand die Welt, finde ich auch sehr schön dargestellt. Vielen Dank, ähm, ja, wir haben hier ein Triple, ein Hat-Trick, äh, auch von mir eine ganz, 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 ganz klare Empfehlung für Poor Things, ein sehr besonderer Film, ein spezieller Film, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, sowas zu sagen, wie Max sagt, eben gerade dem von wegen, wenn ihr Everything Every World Once mochtet, dann würdet ihr auch den mögen, weil ich glaube, Poor Things ist dann noch vielleicht ein bisschen eckiger, ein bisschen kantiger, weniger Feel-Good-Movie, würde ich mal sagen, und, äh, das wäre mein kleiner Kritikpunkt, Er ist, er hat ein paar Längen, finde ich, das, ich muss wirklich sagen, es gab hier und da ein paar Momente, wo ich dachte, das dauert mir jetzt ein bisschen arg lang, es gab auch ein paar, ähm, dazu sei gesagt, der Film ist ein Kapitel, der erzählt ein paar Kapitel, die erstaunlich kurz waren, ein paar waren mir einfach zu lang, aber das ist wirklich marginale Kritik, das ist so nitpicking eigentlich fast schon. Ansonsten auch, wie gesagt, von mir eine klare Empfehlung, Poor Things, die ist hiermit, äh, vergoldet worden vom Team Schlogger, Max und Stu. Und damit sei es jetzt offiziell gesagt, wir werden jetzt spoilern, wir werden jetzt versuchen, so gut es geht in die Tiefe zu gehen, ich weiß nicht, wie lange das hier noch weitergeht, ähm, aber, ja, danke fürs Weiterhören. Ja, und, ja, wo fangen wir an, ähm, ich hätte eine Frage an euch. Ja, bitte. Ähm, und da gehen wir jetzt mal direkt ans Ende, wir erfahren ja gegen Ende, dass die, äh, Bella Baxter, also die, die sich umgebracht hat, ähm, einen Ehemann hatte und dieser Ehemann, der von Christopher Abbott gespielt wird, ist ein richtiges Arschloch. Und, ähm, es endet damit, dass, äh, ja, sie ihn quasi betäubt und, äh, dann denkt man eine Zeit lang, dass sie vermutlich das Gehirn von ihrem Vater, also Dr. Goodwin Baxter, der im Sterben liegt, in ihn transferiert, also in ihren Ehemann, der Elfie heißt. Es kommt aber ganz anders, sie lässt ihren Vater ziehen, also sie lässt ihn quasi sterben, sie lässt ihn erlöschen und, ähm, das ist so der letzte Gag des Films, ähm, macht aus ihrem Ehemann oder Ex-Ehemann aus Elfie eine Ziege. Ich fand das sehr gut eigentlich, dass es nicht gemacht wurde, auf der anderen Seite dachte ich mir auch, äh, auch ein genialer Gedanke, dass du quasi so, das ist quasi dein, dein Schlüssel für die Unsterblichkeit, also Dr. Goodwin Baxter hätte so eigentlich auf ewig weiterleben können. Was sagt ihr zu der Entscheidung, dass sie sagt, nein, ich werde ihn nicht unsterblich machen, ich werde ihn halt gehen lassen und werde halt mich an meinem Ex-Ehemann einfach dadurch rächen, indem ich aus ihm eine Ziege mache. Schlagger, deine Gedanken dazu, bitte. Danke, dass ich darf und zwar erstmal muss ich sagen, dass sein Gehirn in den anderen rein verpflanzt wird, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, das habe ich gar nicht gerafft, also, das heißt, diese Möglichkeit schwebte für mich gar nicht im Raum, dass da jetzt irgendwie die Unsterblichkeit dadurch erfasst wurde, deswegen war ich dann nicht so, so investiert in diese Idee und es war für mich dann schön, dass sie ihn hat ziehen lassen und wenn ich das, wenn ich auf diese Idee gekommen wäre, hätte ich es noch umso schöner gefunden, dass sie sich bewusst gegen die Unsterblichkeit entscheidet, weil es eben, finde ich eigentlich immer schön, weil ich kein großer Fan von Unsterblichkeit bin, weil das gerade, dass Dinge endlich sind, lässt sie uns mehr schätzen, aber das, was ich in meinem Fazit sagte mit dem zu rund, also Lantimos ist für mich eigentlich jemand, der immer so ein bisschen was Weirdes und ein bisschen was Unangenehmes mitgebracht hat, in manchen Filmen extremer als in anderen. Ich meine, der ganze Film The Lobster ist, fühlt sich alles unangenehm an und hier war mir alles zu, es war mir zu happy-endig, also dieses, dass sie ihn dann in diese Ziege, also sie setzt sein Gehirn, Moment, sie setzt in seinen Körper das Gehirn einer Ziege so rum, ich weiß gerade gar nicht, wo sein Gehirn drin ist, in der Ziege. Keine Ahnung, aber eine Frage, wer bist du und was hast du mit Schlager gemacht? Mit happy? Nee, ich erwarte halt von solchen Leuten irgendwas komisches, also jetzt von Jorgos, der Jorgos nicht, ne? Und da kam ich so, das ist jetzt total das Lustige und Abgeschlossene und Runde und eben, was ich meinte, auch ein bisschen gefällige Ende, da hat mir so ein ganz kleines bisschen der Pfeffer gefehlt, so ganz minimal. Das große Aber, ich gebe dir vollkommen recht, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Gefälligkeit durch Setting kommt, weil du bist vorher bei allen Jorgos Filmen in einer Welt, die mehr oder weniger der unseren gleicht. Lassen wir mal jetzt ein Favorite weg, weil das ist ja ein bisschen historisch, gell? Aber ansonsten, du bist ja hier in so einem, du bist ja hier doch dann stark in so einem Märchensetting, ich nenne es Märchensetting, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Und das ist ja ein bisschen fremder, also das ist ja per se schon ein wenig, wie sagt man, weirder und, oder es wird mit Weirdigkeit da ein bisschen, Weirdigkeit wird hier in diesem Setting ein bisschen anders von uns verarbeitet. Und ich weiß nicht, stell dir mal vor, du hättest jetzt Poor Things irgendwie in einer nahen Zukunft irgendwie drehen lassen. Vielleicht würdest du dann ein ganz anderes Gefühl dann entwickeln, wenn die dann nicht solche Kostüme hätten, sondern die hätten halt dann Jeans an und würden in einem, weißt du? Also da, ich glaube, dass die visuelle Ebene dich schon ein wenig davon wegtreibt, dass du so eine Beklemmnis, gibt es das Wort, Beklemmtheit irgendwie verspürst. Ich glaube, das fällt einfach weg dadurch, dass dein Auge dir sagt, ah, ich bin ja ein zitter Märchen und dann machen wir das Buch zu und am Ende küssen sich alle und haben lieb. Ja, verstehe ich, sehe ich, nehme ich auch durchaus an, vielleicht war es auch einfach meine Erwartung dann da, wo ich am Ende kurz dachte, ah, ja, okay, habe ich jetzt anders erwartet, aber war ja nicht schlimm, also ich würde deswegen nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Nee, das habe ich ja nicht behauptet. Ich versuche nur eine Theorie aufzustellen, die unter Umständen von einem anderen Menschen komplett niedergerungen werden kann. Ab in die Kommentare. Noch eine Sache, da will ich eigentlich nur wissen, ob ihr die Szene genauso lustig fandet wie ich, da kann man natürlich auch reinterpretieren, aber darum geht es mir nicht. Sie ist ja eine Zeit lang in Paris auch als Prostituierte unterwegs und dann gibt es diese sehr schöne Szene, wenn ein Vater mit seinen zwei Söhnen vorbeikommt und den Söhnen einfach zeigen möchte, wie sowas funktioniert. Und ich muss sagen, das fand ich sehr amüsant. Es war irgendwie schon ziemlich, wenn man drüber nachdenkt, ziemlich krass, aber ich musste an diese Sexualkunde-Szene aus Monty Python's Sinn des Lebens erinnern. Mhm, mhm. Also Monty Python steckt da eh drin. Achso, egal. Ja, okay. Ja, ne, fand ich auch gut, vor allem, weil sie ja auch sagt, ja, okay, ich merke jetzt, dass euer Papa gerade Probleme zu kommen, man könnte jetzt auch das und das machen. Man könnte jetzt auch die Finger in den Po. Finger in den Po, genau, ein bisschen wirken oder so. Da auch wieder, es ist eine Sex-Positivität da drin, wo sie sich da verhuren muss. Ich finde ja auch, ja, Entschuldigung. Das hat mich auch wirklich so, jetzt ich, verwundert, also verwundert klingt so, als ob ich damit durchgerechnet hätte, aber wie Sex-Positiv dieser Film ist. Also es gibt ja wirklich ganz selten Momente, wo diese Sexualität für sie keine Freude macht. Also sie hat ja immer was von, selbst wenn sie einfach als Prostitivierte, auf gut Deutsch gesprochen, einfach nur die Beine bereit macht, wirkt es ja nie so, als ob sie sich davon irgendwie niedergeschlagen fühlt oder ausgebeutet fühlt. Ja, aber weil sie es freiwillig macht. Genau, genau. Also sie hat ja den, genau, und wenn es nicht freiwillig wäre, wäre das was ganz anderes. Sie hat ja jederzeit, weiß sie, wenn mir das hier keinen Spaß mehr macht, dann kann ich gehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Glaubt ihr eigentlich, dass da bei all unseren Kollegen dann irgendwo die ein oder andere Kritik mit dabei sein wird, wo es dann heißt, da wird das alles verklärt und die Unterdrückung der Frau und die wird da in ein Hurenhaus gesteckt und muss da arbeiten für ihr Wohl und so weiter und das wird irgendwie so märchenhaft und Larifari dargestellt, als wäre das alles so schön und Ding. Glaubt ihr das? Also die da arbeitet. Von daher wäre das für mich, ja, wenn du halt der Meinung bist oder der Auffassung hast, weil es auf dich so gewirkt hat, dann ist es halt so. Aber ich finde, dass Bella Baxter in diesem Film mit so vielen verschiedenen Arten von Menschen zu tun hat und ganz viele davon sind halt noch echt keine guten Menschen. Also selbst die, ich nenne es mal Puffmutter, diese Swiney, die wirkt ja am Anfang total nett und dann hat sie noch hier ihr Enkelkind, um das sie sich kümmert. Aber letztlich ist das auch eine ziemlich knallharter Geschäftsfrau. Ja, und auch die Männer, die sie, also hier Godwin Baxter, der sie erschaffen hat und ihr, wie heißt der Assistent, der sie dann heiraten will, die sind ja auch ein bisschen, Max, genau, stimmt, sorry, die sind ja auch verblendet, weil sie so hübsch ist und machen sich, denen ist ja eigentlich, also Max ist ja eigentlich egal, dass sie das Hirn eines Kindes hat. Also der ist ja eigentlich nur ein oberflächlicher Sack, so gesehen erst mal, obwohl er sich natürlich auch, das ist jetzt sehr krass, Moment, lass mich, Moment, genau, also es ist schon auch klar, dass er sich für sie auch mehr interessiert, weil er weiß ja, dass sie noch älter werden wird. Aber was passiert denn als erstes, als Bella Baxter weg ist? Die zwei erschaffen sich eine neue Bella Baxter und das steht schon so ein bisschen dafür, dass ihnen das schon ganz gut gefallen hat, so ein gleichdümmliches, schönes Wesen zu Hause rumlaufen zu lassen. Wobei ich sagen muss, ich finde es interessant, dass die bei der zweiten Bella Baxter, die gespielt wird von Margot Crowley, dass sie da ja nicht so auf Empathie ausgehen, weil ja William Dafoe sagt, ich war empathisch und nett zu Bella Baxter, was hat es mir gebracht und jetzt muss ich sie, dass die neue Bella Baxter so behandeln wie halt wirklich ein Studienprojekt und das ist, finde ich auch ganz nett, dass man dann auch sieht, dass es wirklich was ausmacht, wie du jemanden oder wie du ein Kleinkind oder eine erwachsende Frau mit einem Kleinkind Gehirn behandelst, weil wenn dann Bella halt nach bestimmt ein paar Jahren gefühlt, wie er nach Hause kommt zu ihrem Vater, ist diese Felicity, so heißt Bella Baxter 2, ja immer noch in einem Stadium, wo ich sagen würde, okay, das sieht nicht so weit fortgeschritten aus. Ja, zum Glück wird sich dann um sie dann auch gekümmert, weil die Figur hat mir dann schon auch wieder ein bisschen leid, weil da war eben dieses, dass man dann schon gemerkt hat, dass der Godwin und der Max vielleicht auch ein paar nicht so gute Motive haben. Also dieses ist ja ganz schön, dieses, vielleicht nicht jeder ist schwarz-weiß und das ist ein guter Charakter und das ist ein schlechter Charakter, sondern alle haben, oh Gott, bla bla bla, alle haben auch Graustufen, das ist ja im Prinzip auch was Gutes, also nicht jeder, also die Ex-Ehmann ist eindeutig nur schwarz, aber vielleicht ist das andere eben so ein bisschen in die Graustufigkeit taugend. Was halt auch interessant ist, ist, dass dieser Duncan Wedderburn, also Mark Ruffalo's Figur, ja quasi eine Frau möchte, die auch so, in Anführungszeichen, naiv ist und das Lustige ist, Bella ist ja auf ihrer Art naiv und zwar so naiv, dass sie seinen ganzen Ersparnissen den Armen gibt, weil sie halt sieht, oh die leiden, also gebe ich ihnen das ganze Geld. Das ist auch irgendwie ganz interessant, ich glaube, dass sie… Ja, aber weil sie noch nicht gelernt hat, dass man die Welt nicht so einfach heilen kann, das ist ja der Weg ihrer Emanzipation, nicht, dass sie naiv ist, sondern das ist ja der Weg des Lernens, sie wird ja so nicht bleiben. Also sie bleibt ja nicht naiv. Ja, aber trotzdem, nee, nee, das merkt man ja. Das merkt man ja auch, aber ich finde einfach so amüsant, weil im Prinzip sie ja all das hat oder erfüllt, was dieser Duncan haben möchte letztlich, nämlich eine Frau, die naiv ist und die man doch, finde ich schon. Und das Problem ist aber… Nee, 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 er will eine Frau, die unter ihm steht, ja, intellektuell. Nee, er braucht eine Frau, die Geld hat, ja, aber man merkt eben auch, als Bella dann immer klüger wird, dass sie dann auch merkt, wie dumm er ist und dass das dann nicht mehr funktioniert. Also er braucht niemanden, der naiv ist, er braucht jemanden, der dumm ist. Naiv ist einfach nur dumm in einem schöneren Wortbau. Nein, naiv ist nicht dumm. Du bist jetzt infantil, so. Oder du bist infantil. Nee, er will halt ein Accessoire haben. Ja, Accessoire denkt nicht. Ich fand's halt wirklich sehr witzig, dass er quasi genau das bekommt, was er haben möchte zu Beginn, ne, und sie ihm dann einfach mal die Moneten stehlt und dann an die Armen weitergeht, gibt. Das fand ich sehr witzig. Ich revidiere gerade, was ich gesagt habe, ich glaube, er will gar nicht jemanden, der Geld hat, aber hat er eigentlich Geld? Er hat am Anfang Geld, aber sie hat doch auch Geld. Er hatte viel Geld. Dann hat er kein Geld mehr. Da muss ich übrigens weggucken. Hier, die Szene, also apropos Horror, ich musste weggucken, als ihr kurz gezeigt wird, wie schlecht die Welt ist. Das fand ich eine sehr schlimme Szene, weil da ist was mit Kindern, da musste ich weggucken. Äh, die Grube? Ja, die Grube, genau. Äh, ja, ich wollte nur irgendwas sagen und dann kam die interne Bella Baxter, ja, was war das? Ähm, nee, ich wollte auf, auf den Punkt des, ähm, weswegen die Männer ja von ihr dann auch so angezogen sind, weil du ja, weil Männern ja auch gern, auch was so dieses Gentleman-Leben irgendwie angeht, ähm, immer dieses Helfer-Syndrom nachgesagt wird oder beziehungsweise, dass man eben irgendwie, irgendwie so dieses, äh, man sucht sich eine Frau, die ein bisschen schwach wirkt und so, um den Starken, um jemand zu sein, der praktisch den Mantel über die Pfütze legt und den Stuhl zurückzieht und solche Geschichten, äh, das wird super dargestellt, dass man da eine, eine kleine, äh, wie sagt man, dass man als Zuschauer da anfängt, solche Verhaltensweisen dann vielleicht auch unter Umständen mal ein bisschen zu hinterfragen, weil... Ja, sehr gut. Es ist eine Satire drauf. Sehr gut, dass du das sagst. Ja, danke schön. Ja, wir haben hier die Männer am Anfang, die eben das denken, oh, wir können uns um sie kümmern, sie braucht jemanden, aber sie wächst ja nicht weiter und lernt so, nee, diese Männer brauche ich nicht. Und dann müssen die Männer erstmal damit klarkommen, dass sie eben viel mehr liefern müssen oder sich da anpassen müssen. Das finde ich, das ist was, was ich aus dem echten Leben auch kenne, weil es ist ja nicht aus der Luft gegriffen, diese, ähm, Mechaniken. Ja, und was dann, was ihr noch angesprochen habt, äh, als eben die zweite Bella, die Felicity, da angeschafft wird, da merkt man ja dann auch irgendwo, dass aus, aus diesem Projekt, also es ist auch so eine Szene, die für mich eigentlich im Prinzip zeigt, dass Willem Dafoe und, äh, Rami, also der, den, äh, Max spielt, genau, ähm, äh, dass sie ja, dass ihnen Bella ja nicht nur als reines Projekt am Herzen liegt, sondern, dass sie ja auch anfangen, äh, da so eine, äh, vielleicht ist das so ein bisschen, das, bei, bei, bei Willem Dafoe auf jeden Fall, so ein bisschen dieses Durchbrechen des, des kalten mathematischen Charakters, äh, dass da ein bisschen Emotionen mit reinkommen. Ähm, und er merkt, okay, eigentlich, im Prinzip hat sie mich verlassen und eigentlich will ich jetzt da ein bisschen wütend auf sie sein und gleich ein neues Projekt anfangen und bla, bla, bla. Aber er schafft's nicht, weil sie immer einfach ans Herz gewachsen ist, weil er halt doch ein Vater ist. Und, ähm, vielleicht merkt ja Max dann auch irgendwie, dass aus seiner eigentlichen, ja, ich mein, er lässt sie ziehen, wohl wissend, dass sie, äh, mit Mark Ruffalo da jetzt durch die sieben Weltenmeere bumst. Und, ähm, da in dem Punkt fängt man halt dann irgendwie an, dass er merkt, okay, jetzt geht er dann auf die Suche nach ihr und, äh, er, er, er macht halt Dinge, die man auch erwarten würde von jemandem, der dir zeigen soll, dass du ihm wichtig bist. Also, Ehemannpotenzial werden, sozusagen, kurz gesagt. Ja, das spricht ja gegen meine Theorie, er lässt sie erziehen. Die akzeptieren ja, das müssen wir sie machen lassen, oder? Genau, das, das, das ist ja so ein, so ein emanzipatorischer Schritt, aber dass, dass eben Felicity sie nicht ersetzen kann, ähm, und der Umgang damit, dass sie sie halt wiederhaben wollen, ist für mich dann doch schon ein Zeichen, dass, dass es Bella einfach mehr ist als ein Projekt. Ja, weil sie mit, sie haben ihr ja auch mehr, äh, mehr Empathie entgegengebracht von Anfang an, das lassen sie ja bei Felicity gar nicht zu. Ja. Ach so, das habt ihr die ganze Zeit so unterschrieben. Ja, das stimmt. Egal. Ja, einfach. Vielleicht noch viel gesagt. Gute Musik drunter, so ganz, was, was cineastisch ist, was, ja, vielleicht noch eine Szene, die ich furchtbar fand, weil ich den geguckt habe und hatte großen Hunger und da gibt es in Paris eine Szene, in der Marc Raffold einfach einen Schokokoss auf den Boden wirft, da dachte ich so, nee, da konnte ich nicht hingucken, das war schrecklich. Ja, aber dafür ist gut, dass das Baby, was hat eigentlich Jorgos Lantimos mit, äh, da mit Kinder boxen zu wollen? Keine Ahnung, aber er müsste es mal endlich mal durchsetzen, finde ich. Warum will der in jedem Film ein Kind boxen? Wer will das nicht? Ich hab gestern auch Killing of a Sacred Deer, da wird auch irgendwo ein Kind getreten. Der wird sogar ein Kind erschossen. Ich kann mich an kein Kindertreten mehr erinnern. Da wird ein Kind erschossen in Killing of a Sacred Deer, nicht geboxt. Oh Gott, alles verdrängt. Gut funktioniert mein Gehirn. Ja. Aber gut, ähm, folgendes. Ich würde jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen, ich glaube, wir sind hier soweit durch. Ich schwitze. Poor Things. Ich wage einfach mal die Prognose, dass, äh, Schlager, Max und meine Wenigkeit, äh, unser Side-Projekt, CC, äh, Impasse, Kritik, irgendwas, äh, auch noch in 10, 20 Jahren weiterführen werden. Und ich bin mir sicher, dass wir dort auch eines Tages nochmal auf Poor Things treffen werden. Ähm, ihr seid eingeladen, das anzuhören, wenn ihr dumm genug seid. Ähm, aber jetzt hier für diese... Oder naiv, nein, naiv. Oder ihr habt einfach fucking guten Geschmack. Ich will dieses, dieses Tiefstapeln einfach nicht mehr. Okay, pass auf, wir sind die Geilsten mit den besten, so dass das schon mal klar ist. Aber wir, wir sind ein Service-Dienstleiste. Nee, Max, ich bin geiler als du, du bist jetzt mal ruhig, so, folgendes. Also, wir haben hier einen super Podcast gemacht, der jetzt zu Ende geht. Warum? Weil einfach alles mal zu Ende sein muss, auch das Geilste. Wir sind einfach müde. Endlichkeit ist wichtig, genau. Nein, die Endlichkeit ernebt den Wert. Ganz genau. Wenn wir jetzt unendlich weiterreden würden, das wäre ja schrecklich. So, ich will jetzt Homos werden. Jetzt Ruhe hier, jetzt rede der Test. So, also, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außer dem auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Da dieser Podcast vermutlich im Januar erscheint, sage ich auch nochmal frohes Neues. Nachträglich, warum denn nicht? Dann habe ich noch eine Mission, nämlich euch aufmerksam zu machen, dass die Werte Schlogger ja auch eine Industratorin und eine Autorin ist. Sie hat einen eigenen Shop, Schlogger-Shop. Echt? Hier solltet ihr unbedingt mal draufgehen. Ja, wohl. Hat auch eine eigene Webseite oder einfach nur Schlogger.de. Und außerdem ist die Werte drauf. Wir glauben ja draufgehen. Im Gegensatz zu mir und Max nämlich sehr aktiv auf Social Media. Ihr findet Schlogger bei Instagram, bei Facebook, bei X oder Twitter oder wie immer Elon Musk das Ding jetzt mittlerweile genannt hat. Und auch auf Blue Sky. Ihr müsst einfach nur eingeben den Artikel The, englisches TH und Schlogger und dann werdet ihr sie finden. Und ja, werdet da mit dem absoluten Megaschloggerismus infiziert. Und es ist eine große Freude, das kann ich euch sagen. Das war es zu meiner Seite. Nochmal vielen Dank. Ich sage Tschüss. Dann sagt der Max Tschüss und das bitte kurz. Und der Schlogger gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ja, also danke Stu für deine wundervolle Kriegsführung hier durch diesen Podcast. Das sollte man auch mal sagen. Stu hat keine Webseite. Ich auch nicht. Ich übergebe an Yoshi. Dankeschön. Und soweit ich weiß, findet man aber Stu doch hier bei dieser Seite, wo man Filme bewerten kann. Letterboxd. Wie heißt die nochmal? Bei Letterboxd. Unter Stu4U. Also Stu, S-T-U-4 und J-U-U. Oder? Also wer möchte, kann da sich alle, denn dieser Mann war heute, war dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, wir sind ja jetzt schon 2024, wenn ihr das hört, er war 2023 in elf Kinovorstellungen, elf, oh Gott, in hundert Kinovorstellungen. Max, jetzt sei doch mal still. Jetzt muss ich nicht. Um ehrlich zu sagen, ich glaube, es werden am Ende des Jahres 170 sein, aber gut. Okay. Also Stu war über hundertmal im Kino, so viele Filme habe ich noch nicht mal gesehen. Also guckt euch seinen Letterboxd-Account an, der hat Ahnung, der kann gut schreiben. Hier die Werbung für ihn. Ich beende jetzt diesen Podcast, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch 2024 wieder bei den weiteren Podcasts dabei seid. Und wir hören uns. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.